Wir sind gerade am Weg ins Zillatoy. Wir starten morgen beim Rise and Fall. Das ist ein Teamwettkampf, der aus vielen verschiedenen Sportarten besteht. Unsere Fahrergleiterin und unsere Skifahrerin reisen selbst an. Ich bin auf der Skitool im Skifahrer unterwegs und die Froni am Maufenbike. Ich bin die Fahrerin und ich bin die Fahrergleiterin. Hallo, ich bin die Sharon, ich bin die Skifahrerin im Skifahrer. 3 Minuten zu gehen. Scheiße! Jetzt geht es einfach nur hier die Amster. Und die sind gegeven in den Trophäen bei Rise and Fall. Die Rundang-Pitlam-Kraften aus. Die Rundang-Pitlam-Kraften aus. Die Rundang-Pitlam-Kraften aus. Die Rundang-O-Selverranchiere auf dem Charan. Die Rundang für arbeiten. Doppeln aus. Nutzen gesetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Skistohnstrecke ist eigentlich richtig cool, man macht brutal schnell Höhenmeter, aber es ist natürlich extrem steil, es war ziemlich eisig, brückig und recht hart zum Gehen, aber total coole Stimmung und ein super Wettkommen. Ja, bei mir war es gut, gut gestattet und gut geflogen und eigentlich alles glatt gelaufen. Ja, also die Mountainbalkstrecke, die ging überraschend gut, also ich hatte echt ein bisschen Bauchschmerzen, wie das wird auf dem Schnee zum Mountainbalken, aber das war eins auch. Es war anstrengend, die Oberschenkel, die haben nur mehr so gebrannt, also gut ab, alle die, die da mitmachen. Ja, also die Oberschenkel. Ja, also die Oberschenkel. Ja, also die Oberschenkel. Ja, also die Oberschenkel. Ja, also die Oberschenkel.